Grüezi miteinander und herzlich willkommen beim Podcast von Swiss German Online. Hat jemand von euch schon mal einen Unfall gehabt? Was habt ihr denn gemacht? In diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit solchen Situationen. Und vergessen nicht, dass es am Montagabend immer auch ein Online-Meeting für unsere Mitglieder vom Konversationskurs gibt. Das ist die ideale Möglichkeit, zusammen in Minigruppli unsere schweizerdeutschen Ausdrucksfähigkeiten zu üben. Also, macht euch bereit für spannende Geschichten und hilfreiche Tipps. Nadia, unsere Schweizerdeutschlehrerin, die in Costa Rica wohnt, erzählt uns heute von ihren Erfahrungen im exotischen Costa Rica. Der Text dazu ist für alle unsere Mitglieder auf unserer Homepage zugänglich. In Costa Rica sind die Leute sehr hilfsbereit. Wenn man in Not ist, kommt immer jemand zu Hilfe. Zum Beispiel ist der Quad, den ich hatte, schon zweimal auf der Strasse stehen geblieben, wegen einem mechanischen Defekt. Und jedes Mal ist es nicht langgegangen, bis jemand zur Stelle war, um mir zu helfen. Ich war zum Glück noch nie in einem Unfall mit Verletzten verwickelt. Aber ich war schon an verschiedenen Autos- oder Dörfunfällen vorbeigefahren. Dort kamen schon Leute oder der Krankenwagen zu Hilfe und ich habe mich nicht mehr eingemischt. Aber ich war selber schon in Autounfällen verwickelt, wo einfach das Auto beschädigt wurde. Ich kann mich noch erinnern, auf meiner ersten Reise nach Costa Rica vor ca. 10 Jahren haben meine Freundin und ich das Auto gemietet. Am ersten Tag sind wir Richtung Fortuna, zum Vulkan Areal. Zuerst ist meine Freundin eine Weile gefahren und dann war ich dran. Nach einer halben Stunde am Steuer passiert es. Ein grosses Auto lässt uns führen, aber wir müssen stoppen, weil die Autos vorn dran langsam über eine Brücke fahren. Der Autofahrer, der so nett war, uns führen zu lassen, wird von der Sonne geblendet und BAM! Es tätscht. Im Zeitlupentempo schauen wir uns an, noch nicht ganz bewusst, was gerade passiert ist. Die ganze Händerscheibe ist futsch. Einfach weg! Oh je! Und das an meinem zweiten Tag zu Costa Rica. Der Autofahrer hinten dran entschuldigt sich freundlich. Er habe uns wegen der Sonne nicht gesehen. Wir rufen die Autovermietung an und die schicken jemanden von der Versicherung und wir müssen auch die Polizei anrufen. In Costa Rica geht es eine Zeit, bis die Polizei kommt. Nach einer halben Stunde kommt der Versicherungsvertreter und nach etwa einer Stunde der Verkehrspolizist. Sie nehmen alle Daten auf. Dann meint die Autovermietung, wir müssen genau an diesem Ort warten, um uns ein neues Auto zu bringen. Aber wir sind im Kacko draussen und es wird dunkel. Eigentlich hätten wir nur eine halbe Stunde bis zu unserer Unterkunft. Schlussendlich können wir den Autovermieter überzeugen, dass es besser ist, wenn wir zu der Unterkunft fahren können und dort auf das Ersatzauto warten. Dann, nach ein paar Jahren, in meinem ersten Jahr in Costa Rica, kaufe ich mir ein Auto. Ein Mitsubishi Montero. Jahrgang 1987. Ja, es ist ein bisschen alt und braucht etwa die Hilfe des Mechanikers. Darum bin ich an diesem Tag zu der nächsten Stadt, Nikoya, gefahren, um eben etwas am Auto reparieren zu lassen. Das ist eine halbe Stunde von Nosara weg. Auf dem Weg dorthin hat es bei schmalen Übergängen oder Brücken immer wieder Stoppschilder, die der Gegenfahrer vortritt. Bei einem Übergang muss ich stoppen, weil der Gegenfahrer entgegenkommt. Hinter mir ist ein Lastwagen. Er reagiert zu langsam und fährt in mich hinein. Lastwagen haben eben einen längeren Bremsweg. Der Lastwagenfahrer ist verrückt und schreit mich an. Was mir eigentlich zu Sinn käme und wieso ich einfach halte. Das Auto hinter dem Lastwagen bleibt auch stehen und der Fahrer kommt mir zu Hause. Der Autofahrer sagt dem Lastwagenfahrer, dass er hätte ich halten müssen und dass er die Verantwortung übernehmen sollte, weil er eigentlich schuld am Unfall sei. Der Autofahrer sagt mir auch, was ich machen muss, nämlich die Polizei anrufen. Der Lastwagenfahrer beruhigt sich und sieht seine Fehler ein. Er ist ein Autofahrer und er ist wahrscheinlich nervös geworden, weil er für eine Firma fährt und vielleicht Probleme bekommt, wenn er seine Warn nicht rechtzeitig abliefert. Er telefoniert seinem Chef und gibt mir das Telefon, um mit ihm zu reden. Er will es zwischen uns regeln, ohne Polizei. Er meint, das gehe eh sehr lange zu Costa Rica, bis dass wir das Geld von der Versicherung bekäme und er würde mir die Reparaturkosten lieber direkt zahlen. Mutig und vielleicht auch ein bisschen naiv vertraue ich ihm und treffe ihn eine halbe Stunde später in der Nähe. In der Zwischenzeit habe ich meinen Mechaniker angeläutet und ihm ein Foto geschickt, dass er einschätzen kann, wie viel das die Reparatur kostet. Mein Schaden war nicht so gross. All die Autos sind zum Glück noch stark gebaut. Der Lastwagen hat schlimmer ausgesehen. Tatsächlich kommt der Chef des Lastwagenfahrers und gibt mir das Geld in die Bar. Bald daraufhin bin ich schon zu Nikoya beim Mechaniker und kann alles flicken lassen. Seitdem habe ich zum Glück nie mehr einen Unfall gehabt. Obwohl es viele brenzlige Situationen gegeben hat, hatte ich immer Glück und bin ohne Schaden davon gekommen. Die Kostarikaner sind nicht die besten Autofahrer und die Unfallrate ist sehr hoch. Und du? Bist du schon in einen Unfall verwickelt gewesen? Nicht nur einen Autounfall, vielleicht auch einen anderen. Und was ist passiert? Verzähl, hat es Verletzungen gegeben? Wie hast du reagiert? Hast du einen Notfall anrufen müssen? Hast du einen Nothalferkurs oder sogar einen Ersthelfkurs gemacht? Wusstest du noch, was zu machen ist, wenn es einen Unfall gäbe? Würdest du oder hast du dein Auto mit Halb- oder Vollkasse gehen lassen? Versichern? Wieso? Sind die Menschen in deinem Heimatland auch hilfsbereit? Wie sind Verkehrsunfälle in deinem Land geregelt? Wem muss man anrufen? Geht es lange, bis die Polizei kommt? Werden Unfallschäden auch ohne Polizei miteinander verhandelt? Das sind alles Fragen, die uns zu einem interessanten Gespräch anregen sollen. Melde dich doch bei mir auf swissgermanonline.com und finde heraus, wie du mitmachen kannst. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!